so meine lieben wir haben wieder mal ein objekt für euch übrigens ist der eingangsbereich komplett überall mit diesem wunderschönen marmor das ist ein spezial marmor schaut aus wie jetzt gehen wir erstmal rein hier ist eine 2 zimmerwohnung 2 zimmerwohnung habt ihr gemerkt vom wind ist die tür zugeknallt also hier haben wir eine 2 zimmerwohnung mit schönen dusche bad und kann man das aufmachen ja könnte man schon aufmachen aber mit fliegen geht also sehr gut mit fliegen geht weil stechmücken also im sommer gibt es halt stechmücken hier das ist halt sowas hier ist platz für die waschmaschine dann haben wir hier das schlafzimmer schlafzimmer mit dieser aussicht also ihr seht hier ist der eigene parkplatz da kann man nichts umbauen dann nahe am meer leute mir geht es nicht mal um das meerblick ja mir geht es nicht mal um mehrblick sondern es geht mir darum dass man nachher am meer ist ja du steigst ins auto ein braucht keine halbe stund fahren sondern du fährst eine minute oder du läufst drei minuten vier minuten da ist der strand der beach club das ist übrigens unser beach club wir wohnen alle hier da in den nebenhäusern wohnen wir alle okay also das ist das schlafzimmer hier ist das wohnzimmer das ist die küche und ja balkon wunderschön wunderschön gefällt mir gefällt mir wirklich gefällt mir weiß 55 habe ich schon gesagt 55 schön echt spülmaschine herz kühlschrank waschmaschine und hammer satellitenanschluss telefon wasser für die pflanzen und steckdose für den elektrogrill heute ist eine hitze ich sag's euch aber hier ist komischerweise nicht so heiß okay also soviel von mir liebe grüße bis zum nächsten mal wer interesse hat meldet sich passt auf euch auf 55